Die kriegen da hinten gleich in die Fresse. Wunderbar. So geht das. So kann man arbeiten. So, super abgegradet. Bei dem machen wir das auch. Oh, scheiße. Das ist ein Problem jetzt. Den da, den da. Aber der heilt. Der Heiler muss immer weg, Leute. Der Rest ist okay. Immer schön auf den scheiß Heiler gehen. So, der hat ja auch was. Oh, mein Ding ist kaputt. Mein Ding ist kaputt. Oh, nee, 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 nee. Scheiße. Oh, das ist jetzt ein Problem. Wir müssen den da hinten loswerden. Und da vorne eigentlich auch, ne? Das können wir schnell machen. So, hier runter. So, geh her da. Der dicke Donkey Kong ist jetzt nicht mein größtes Problem. So. Das machen wir hier natürlich auch. So ein Ding da hinten. So. Wir müssen die da loswerden, ne? So, rauf da. Beziehungsweise gehe ich wieder runter. Äh, ich komme gerade nicht klar. Moment. So, jetzt. Die schicken wir hier hin. Ja, ein bisschen auf Verschwendung. Aber es geht jetzt nicht anders. Es geht einfach nicht anders, Leute. Den, ich habe hier zu viel Stress. Ich hole mal die Abklingzeit hier wieder. So, du gehst da hin. Du musst ihn da hinten wieder walzen, Junge. Sonst haben wir ein Problem. Der muss weg hier. Mit seinen Wiederbelebens ist er nämlich ganz schön lästig. Komm, hau den weg jetzt. Jawohl. So, der muss weg. Genau, so geht's. So, haut super hin. Den Dicken, den kriegen wir raus. Das ist nicht das Problem. So. So, schöne Upgrades haben wir. Ein bisschen Upgraden hier. Also, mithelfen. Schadet nicht. Hier nehme ich in, äh, äh, Flächendamage wieder. Und hier machen wir das Gleiche. Die werden wir in der Deli-O-One-Day abklingen. Selbstverständlich. So, die Upgrade-Zeit, die nehme ich mit. Oh, ob das gut war? Ich habe nicht mal mit dem Champ. Scheiße, ich glaube, das war eine blöde Entscheidung. Ah, die schon wieder. Aber okay, okay, okay. Komm, wir geben das Redi. Behalten wir sie hier. Der Champ ist wieder da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann wird das geupgradet hier. So. Es geht soweit mit dem Damage hier. Wir kommen klar. Ja, die da hinten schießen wir auf den. Die da vorne, das ist nicht das Problem. Das passt schon. So, die behalte ich jetzt hier, die zwei. Das geht klar. Oh, der letzte noch und dann haben wir sie eh schon. Der Champ ist auch wieder da. Allerdings muss der jetzt mal abhauen, weil sonst kriegt er mir zu viel auf die Nase. Wer geht denn hin da, du? Junge, du bist ein Dödel. So, 23, 23. So, jetzt holen wir uns diese Maschine hier. Und die werden wir jetzt nochmal ordentlich abgräben. So, komm hier. Zack, zack, zack. Und natürlich die Rockets auch. So, diese Mistviecher, da kriegen wir schon da und das ist nicht das Problem. Mistvögel da. So, du kriegst Rockets und dein Kollege dann auch gleich. Ein bisschen teurer Spaß hier. Komm, du gibst die Rockets. Und dann den dann. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich denke schon. Wir müssen ein bisschen Geld wollen, ne? Ich warte lieber noch, weil das sind jetzt zu viele Fücher. So, geht wieder. Ja, wir sind mithelfen hier. Ich lasse mich hier nicht stressen von den kleinen Maden hier. Dass die ordentlich Damage kriegen. Dann passt das schon. So, seht ihr, Leute? Läuft's. So, ich muss noch Upgradies. Ja, so kann man überleben. Es ist noch keiner durch. Also, es sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Was ist mit dir da oben? Der hat da auch ein Fragezeichen. Was will er denn von mir? Hast du ein Problem oder was? Bauer, du. So. Ich kriege mal Kohle, dass ich das upgraden kann. Jawohl. So, jetzt haut er gut rein. Noch Upgrades. So, hier bauen wir auch noch einen hin. Oh, scheiße. Was kommt denn hier alles an? Ja, wir müssen die da umnähten. Sonst bringen wir das... Oh, fuck. Jetzt haben wir mal wo hin. Wir müssen die da hinten umnähten. Das ist das Problem. Alles andere ist scheißegal. Wo ist mein Champion? Der ist schon wieder tot. Die da hinten. Die da vorne sind scheißegal, ehrlich gesagt. Ja, da kommen Millionen gefühlte. Boah. Ey, was soll ich da machen? Scheiße, was soll ich da machen? Der ist schon wieder tot, Alter. Der steht offen bis tot. Wir müssen die da loswerden, ja. Baut ihr Abklingzeit runter, zumindest mal. Rechts oder links? Ich kann es nur einmal verwenden. Aber ich kann hier Assassine machen. Das kann ich machen. Jawohl, ich habe die getroffen, die Pisser. Aber da sind noch zwei hinten. Das ist halt der Scheiß. So, hier sind nur welche. Die sind mal abgegradet. Dann machen wir mal die da. Das muss ich mal upgraden hier. Fertig. So, jetzt können wir die upgraden hier. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das ist überhaupt kein Thema. Wir kriegen es hin. Fragt mich nicht, wie Leute. Ja, wo wir kriegen das hin. So, sieht eigentlich immer so schlecht aus. Ich schaue es mal. Hier haben wir noch einen vergessen. So, das schaut eigentlich gut aus. Ich überprüfe gerade, ob wir hier alles richtig abgefüllt haben. So, hier können wir noch. Ah, mit der B15 Watt, der aber noch ist besser. Nicht übertreiben, nicht übertreiben, einfach. Aber, der kann mit dem Dicken hier fighten. Also, zu tun, wie viel hat denn der noch? Boah, der hat lebe. Scheiße. So, jetzt lassen wir den raus. Oder die. Dann gehen wir da vorn was hin. Jawohl, die kriegen schon Damage hier. So, das einfach nur upgraden. Und dann machen wir hier nur einen hin. So, einer mehr ist einer mehr. Ja, das ist ganz einfach. Oh, scheiße, wie viel denn noch, ey. Aber das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem. Oh, ne, Vögel auch noch. Oh, scheiße. Ja, ohne die Vögel hätte ich gesagt, wir kriegen es sogar sicher hin. Aber jetzt wird es ein bisschen kritisch. Oh, Gott, was kommt denn da noch an, ey? Holy shit. Jungs, Jungs, Jungs. Und die Vögel hier aufhalten. Also, Pseudo-Opfer, dass die blöden Vögel abschießen. Schießt diesen Vögel ab, Junge. Alter. Jetzt ist noch keiner durch. Dabei soll es auch bleiben. Das sieht ja ganz gut aus hier. So, wir werden die da bekämpfen. Die müssen weg. Jawohl. Das sind die wichtigen. Das sind die, die wieder aufstehen lassen. Die müssen weg. Der Rest haut hin. Genauso wie der da. Der muss weg. Der Rest haut hin. Meine Assassinie sind ready. So. So. Die haben wir ein bisschen aufhalten hier. Jawohl, die Assassinie machen hier ein Damage. Das haut hin. Ja, rasiert ihnen die Glatze weg. So, wir kriegen noch ein bisschen Verstärkung hier. Die kämpfen mit denen hier. Mein Champ ist hier wieder da. So, der Champ, der darf da hier helfen. Ihr hältst die kurz mal auf. Und dann haben wir es eigentlich. Hey, wir haben es geschafft, ohne dass, was durchkommt. Fuuuuck. Alter, wie haben wir denn das gemacht? Wo ist das da? Oh, Boss. Hallo, geschafft. Nichts geschafft. Boss ist da. Junge, geh hin. Komm, schnapp dir diesen Arsch hier. Äh, ich mach hier einen Marki... Äh, jetzt geht er wieder weg. Ich wollte hier einen Marki rein. Oh! Dann bin ich mir einfach das Gift hier. Räumlich upgraden. Einfach, was man so haben kann im Leben. So. Das machen wir hier dann auch noch. Jetzt ist er wieder da, der Arsch. Aber weißt du was? Mach mal das so. So, wieder rüber zu ihm. Jetzt geht er wieder hier. Alter, der Arsch mich. Komm, haut in die Fresse ein. Ja, den kriegt aber ordentlich drauf. Das heißt, es passt schon. Und die Kleinen, die kriegen wir eigentlich gut weg. So, Junge, du musst hier rüber. Ein Fettzack da die Fresse polieren. Gleiser tot. Okay, Hammer. Ja, ist der King Louie hier weg. Jetzt sagen wir, bleiben wir stehen. Und er ist weg. Tschüss, motherfucker. Da ist nichts rausgekommen. Das wundert mich. Das wundert mich wirklich. That's right. So, wir gehen hier helfen. Aber es ist, glaube ich, vorbei. Geschafft. Keiner durchgekommen. Hey, wenn das nicht nice ist, Leute. Drei extrem verdiente Sterne. Wenn das nicht verdient ist, dann weiß ich auch nicht. Das hat richtig gut gerockt. Junge, Junge. So. Jetzt gehen wir upgraden, Leute. Hero Unlock. Oh, das ist ein Fettsack. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir nicht wechseln. Ja, dann müssen wir halt wieder, wie soll ich sagen, leveln. Was hat er denn da? Bastion. Holy Ground. Area Damage ist immer gut. Dem gebe ich das. Smash die Ground, dann muss man Slowing und Stunning nehmen. Das ist überhaupt gut. Was ist das? Also, Ground Crawl. Ist das das Ground? Das ist gut. Das nehme ich. Und wir nehmen das nur. Weil Stunning nehmen wir auch nicht schlecht. So. Aber ich bleib bei dem. Den machen wir uns jetzt richtig nice. So, dass er noch mehr Damage macht. Ich weiß nicht. Jetzt nehmen wir es auch egal. Wir lassen den da. Wir leveln den nur hoch und dann nehmen wir mal einen anderen. Zwecks abwechseln. Aber wir leveln den nur hoch. Zweipunkt, die haben wir noch. Kann ich leider nicht vergeben. Hier haben wir einen Dreier. Das könnte auf Max. Mit die Orte mit dem Rhin Edition. Mit so random Location. All over the Map. Jo, das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist geil, Leute. Das ist geil. Das ist geil. Jo, so können wir arbeiten. Jo, das sind die Bosse. Da haben wir nur was vor. Der war lustig hier. 12.000, 24.000, 8.000 war auch hardcore. Jo, wir haben nur ein bisschen was für uns, Leute. Wir haben nur ein bisschen was für uns. Achievement. Was haben wir hier? Wir haben ja schon. Oh, alle haben wir schon. Wir haben nur eine Hälfte. Ha! Da haben wir nur was vor. Hallo, Chef. Das ist auch eins. Ja, was können wir machen? Was werden wir denn schaffen? Heroes abgut level 2. Probier mal Iron, ne? Probieren kann man ja, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben den da. Ja, das werden wir mit Sicherheit nicht schaffen, aber... Aber probieren wir mal, ne? So, dann machen wir das so. Dann machen wir so. Genau, dann lass mal hier. Hier kommt der hin. Hier kommt der hin. Und du hältst mal die hier auf. Und du bist geupgradet. Du bist geupgradet. Du kommst hier hin. So. Schön upgraden die ganze Scheiße hier. So, und du kriegst das. Und los geht's. Nur eine Wave. Sehr viele Fliegen, der sehe ich. Gut, versuchen wir den nochmal da hinten. Gleich einmal. Bis hier aufzuhalten. Die halten ja schon ein bisschen was aus, muss man sagen. Ein bisschen was halt zumindest. Ein klein wenig. Wie viel hatten die alle? Das ist ja eine Ratte. Gut, wir müssen den in die Range von dem hier locken, weil sonst bringt man das nix. So. Dass die Tower hier ein bisschen mitmischen können. Sonst wird das nix. Halt die auf! Na, das geht auf jeden Fall. Ansonsten schaffen wir's eh nicht. So, jetzt wird man die so aufhalten hier. Die Fliegenden müssen anders durch. Das nG würde ich brauchen, ja. Und ich hab nur ein Leben. Da darf ich ihm nix durch. Das ist das Problem. Oh, ne scheiße M.G, Jungs! Oh, gib mal ein G! Oh, ich krieg's einfach nicht. Ah doch, wir haben's. Tja. Es wird schwierig, das zu schaffen. Es kommt zu viel. Wie willst du das aufhalten? Die haben Vorstellungen. Oh, ne? Wir machen wieder mal nen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020